Ma, ein Eis war heute super, aber ich hab kein Geld. Ich hab einen Namen. Ich will aber Eis. Was willst? Nein, Eis. Nein, ich meine neue App. Was willst? Schauen wir gleich mal nach. Schau, vielleicht verschenkt ihr mein Eis. Da werden sogar welche verschenkt. Oh je, nur in der Steiermark. Aber voll viel wollen einen selber machen. Da bleiben sie echt gar. Ich log mich mal an. Materialienhammer, Werkzeugplatz, Ideenkanne. Schau dir sogar grad online. Und gute Empfehlungen hat er auch. Wir können gleich vorbeischauen. Boah lecker. Also ich machs mal lieber selber. Das ist ein bisschen zu spät, wie das hier. Das ist gut. Ich muss mich, mit einem Schauch auf meinen Augen festlegen. Das ist ein bisschen zu spät. Das ist ein bisschen zu spät. Ich muss mich, mit dem Schauch auf meinen Augen festlegen. Untertitelung des ZDF, 2020